Herzlich Willkommen zur zweiten Sitzung unserer Vorlesung Biologische Psychologie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns anschauen, woraus denn eigentlich oder wie denn eigentlich unsere Zellen in unserem Nervensystem aufgebaut sind. In der letzten Sitzung haben wir uns angeschaut, wie denn eigentlich unser Körper aufgebaut ist. Was sind so die ganz kleinen Bausteine unseres Körpers? Da haben wir kennengelernt, dass unser Körper aus Aminosäureketten aufgebaut ist. Die Gene, unsere genetische Information, dient dabei als Bauplan für diese Aminosäureketten und dieser Bauplan ist kodiert in der DNA im Zellkern. Diese DNA liegt in den Chromosomen vor. Die Chromosomen sind also die Träger unserer genetischen Informationen. Wir haben letzte Woche kennengelernt, wie denn diese Chromosomen vorliegen im Zellkern, also wie die Struktur von den Chromosomen ist und was sind eigentlich die Funktionen dieser einzelnen Segmente der DNA der Chromosomen sind. Haben uns dann angeschaut, wie wird diese Information kodiert in der Mitose und Meiose, kopiert und geteilt und wie interagieren eigentlich unsere Umwelt, unsere Erlebnisse und unsere Gene, um unseren Phänotyp und unser Verhalten zu erklären. Zur Funktion der Gene, der DNA gab es eine Frage, nämlich zur Zuordnung von Basen-Triplets zu den Aminosäuren. Dazu ist zu sagen, dass es keine 1 zu 1 Zuordnung gibt, sondern dass häufig mehrere Triplets eine Aminosäure kodieren. Das ist eine sogenannte synonyme Kodierung. Heute wollen wir uns anschauen, woraus eigentlich unser Nervensystem besteht. Wir haben ja ein Hirn, wir haben ein Nervensystem, das besteht aus einzelnen Zellen und wir wollen jetzt eben mal anschauen, wie sind denn eigentlich diese einzelnen Zellen aufgebaut. Welche Organellen, welche funktionellen Einheiten finden wir denn in so einer Zelle? Welche Strukturen finden wir in einer Nervenzelle und was gibt es sonst noch an Nervenzellen, um dann eben im weiteren Verlauf dieser Vorlesung einen Schritt weiter zu gehen und dann größere Neuronenverbände anzuschauen. Das Ziel der heutigen Sitzung ist es, dass Sie die Bausteine von unserem Nervensystem kennenlernen. Dazu gehören die Neurone, also wie ist ein Neuron aufgebaut, aus welchen Organellen, aus welchen Elementen besteht es, wie ist ein Neuron strukturiert, also hier das Stichwort Dendrit, Zellkörper und Axon und dann zu guter Letzt haben wir noch die Unterstützungszellen, die sogenannten Gliazellen, die hier für die Struktur und Versorgung unseres Nervensystems eine ganz bestimmte, eine ganz wichtige Rolle schieben. Fangen wir mit dem Großen und Ganzen an. Unser Nervensystem. Unser Nervensystem zieht sich durch unseren gesamten Körper und hat die Aufgabe, Informationen in unserem Körper weiterzutragen. Dazu gehören eben Informationen, die von außen an uns herankommen, also Informationen über unsere Umwelt, aber auch der umgekehrte Weg, also Informationen, die wir generieren, an unsere Umwelt abzugeben. Und hier sehen Sie mal eine Präparation von so einem Nervensystem, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts erstellt worden, also tatsächlich mal so ein Nervensystem eines Menschen herauspräpariert und hier sehen Sie schon diese feine Verästelung, diese feine Verzweigung in alle unsere Körperregionen, aber auch eben ganz wichtig, die Bestandteile unseres zentralen Nervensystems, eben dem Gehirn und dem Rückenmark und dazu eben das periphere Nervensystem, das den ganzen Rest des Körpers energiert. Neben den Neuronen haben wir noch eine zweite Klasse von ganz wichtigen Zellen, die sogenannten Gliazellen, die zum Schutz, zur Versorgung und zur Unterstützung der Nervenzellen da sind. Unser Nervengewebe ist nicht überall gleich. Wenn wir allein beim Gehirn bleiben, dann haben wir in unserem Gehirn beispielsweise eine Großhirnrinde, das ist der äußere Teil, der Neokortex, und diese Großhirnrinde, die besteht aus mehreren Schichten von Pyramidenzellen. Diese mehreren Schichten von Pyramidenzellen an der Großhirnrinde, die nennt man auch graue Substanz, da sie im Hirnschnitt grau erscheinen. Drunter, wenn wir unser Gehirn aufklappen, dann finden wir unterhalb des Neokortex eine Schicht von Nervenleitungen, den sogenannten Axonen. Die Axone, das sind die Ausgangsstrukturen der Nervenzellen, die werden wir gleich genauer kennenlernen. Und diese Ausgangsstrukturen der Nervenzellen, diese Axone, die sind mit einer Fettschicht umhüllt, der sogenannten Myelinisierung. Und diese Myelinisierung, die sieht im Hirnschnitt hell aus. Also da kann man schon unterscheiden, okay, unser Nervengewebe, unser Gehirn, das ist nicht überall gleich aufgebaut, sondern das hat ganz bestimmte funktionelle Einheiten. Diese strukturelle Untersuchung unseres Nervengewebes, die hat eine ganz lange Tradition. Die wurde begründet Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts von Wissenschaftlern, die sich genau damit beschäftigt haben, welche einzelnen Elemente wir eigentlich unserem Gehirn, unserem Nervensystem unterscheiden können. Da kam also die Idee auf, okay, unser Gehirn ist keine einheitliche Struktur, sondern besteht aus kleinen, funktionellen Einheiten. Einer dieser Pioniere war Franz Nissel. Und Franz Nissel hat sich eine Technik zunutze gemacht, die damals ganz neu war, ganz en vogue war, nämlich die sogenannte Cyanographie oder Cyanotypie. Das ist ein Verfahren der Fotografie, bei dem eine eisenhaltige Lösung auf einen Bildträger aufgebracht wird und dann belichtet wird. Und man kann dann aus der Veränderung dieser eisenhaltigen Lösung einen Rückschluss über die zugrunde liegende Struktur ziehen. Diese Färbung, die Nissel hier erfunden hat, die ist eben sensitiv für Zellkörper. Also diese eisenhaltige Flüssigkeit schlägt sich an den Zellkörper nieder. Dann wird so ein Hirnschnitt belichtet mit UV-Licht und dann kann man die Lösung wieder abwaschen. Und dann bleibt quasi nur eingefärbt der Zellkern tatsächlich über. Also die Färbung hier, wie diese Nisselfärbung, die haftet sich an RNA und DNA im Zellkern an. Das ist also sehr selektiv für ganz bestimmte Strukturen. Man kann damit auch tatsächlich unterschiedliche Klassen von Nervenzellen unterscheiden, da wir hier eben eine unterschiedliche Konzentration von RNA, DNA und rauhem endoplasmatischem Reticulum in den Zellen finden. Eine zweite Art und Weise, das Nervengewebe zu betrachten, er hat auch eben ihren Ursprung in der frühen Fotografie, die sogenannte Golgi-Färbung erfunden von Camillo Golgi. Hier, der nächste Schritt in der Fotografie war, dass man nicht eisenhaltige Lösungen verwendet hat, sondern Silberchloridlösungen. Und genauso hat hier Camillo Golgi sich diese Silberchloridlösungen zunutze gemacht, um nicht nur Zellkerne einzufärben, sondern ganze Neurone. Im Grunde ein ganz ähnlicher Prozess. Auch hier werden feine Schnitte des Hirngewebes mit einer Lösung getränkt. Und hier dieses Silberchromat fällt dann am gesamten Neuron aus, bildet dann also die ganze Struktur des Neurons ab. Hier kann man also tatsächlich dann hier eben so ein Pyramiden, hier sehen Sie im Bild so eine Pyramidenzelle mit dem Dendritenbaum und dem Axon tatsächlich darstellen. Einen ganz anderen Weg ist dieser junge Herr hier gegangen, Santiago Ramón y Cajal. Der hat sich hier keine Techniken der Fotografie zunutze gemacht, sondern er ist hier tatsächlich einen grafischen Weg gegangen und hat sich Hirnschnitte unter dem Mikroskop angeschaut und hat dann parallel zu dem, was er gesehen hat, seine Seheindrücke aufgezeichnet. Also hat quasi parallel durch den Mikroskop geschaut und gezeichnet, um hier tatsächlich dieses Nervengewebe grafisch darzustellen. Santiago Ramón y Cajal hat tatsächlich auch als erstes postuliert, dass unser Nervengewebe keine einheitliche Struktur ist, sondern es aus einzelnen Zellen besteht, die lose miteinander verknüpft sind. Also vorher gab es die Vorstellung, dass unsere Nervenzellen ähnlich wie unsere Adern ein zusammenhängendes Gewebe bilden. Und hier Santiago Ramón y Cajal war der Erste, der postuliert hat, nein, das sind separate Einheiten, die über irgendwelche Übertragungsstoffe miteinander kommunizieren, hat hier also die Synapse postuliert. Und jetzt wollen wir uns mal Schritt für Schritt anschauen, was denn in so einer Nervenzelle alles drinsteckt. Das ist so eine Frage, die eignet sich unglaublich gut für Klausuren, deswegen sollten Sie uns ganz grob wissen, was wir denn in so einer Nervenzelle eigentlich für Organellen vorhanden haben. Hier sehen Sie mal einen Schnitt durch so eine Nervenzelle, in der all diese Teile benannt sind, die wir hier in so einer Nervenzelle vorfinden und die für uns eine wichtige Rolle spielen. Die erste Struktur, die hier für uns wichtig ist, ist die Zellmembran. Die Zellmembran umschließt unsere Zelle, definiert also hier die Zelle als Einheit. Diese Zellmembran, die besteht aus einer Doppelschicht von Lipiden und Phosphaten. Lipide, Fette, die sind hydrophob, also wasserabweisend. Die Phosphate, die sind hydrophil, also die mögen das Wasser, die wenden sich dem Wasser hin. Wenn ich jetzt so ein Lipid und ein Phosphat zusammen packe, dann habe ich eben ein Phosphatköpfchen und diese Lipidfüße. Wir haben hier also ein zusammengeschlossenes Phospholipidmolekül und wenn ich dieses Phospholipidmolekül in eine Flüssigkeit gebe, dann schwimmt das erstmal da rum und wenn ich mehrere reingebe, dann werden sich diese mehreren gleich angeordneten Phospholipide in einer ganz bestimmten Struktur anordnen, nämlich als so eine Membranschicht. Und unsere Zellmembran, die Zellwand, besteht jetzt aus zwei Schichten von diesen Phospholipiden, wobei diese Glycine, also diese Lipidenden zusammenzeigen. Diese Zellmembran ist nicht durchlässig für die meisten Stoffe. Wir werden, wenn wir uns über Hormone unterhalten, ganz bestimmte Hormonklassen kennenlernen, die hier durch die Zellmembran durchwandern können, aber ganz grundsätzlich ist diese Zellmembran nicht durchlässig. Aber wir haben in der Zellmembran ganz bestimmte Proteine. Sie erinnern sich an letzte Woche, Proteine, das sind Zusammenschlüsse von Aminosäuren und wenn ich hier diese Aminosäureketten dann in eine ganz bestimmte dreidimensionale Struktur forme, kann ich eben hier solche räumlichen Gebilde schaffen. Und diese räumlichen Gebilde, diese Membranproteine, die bilden dann eben Öffnungen in der Zellmembran. Beispielsweise Ionenkanäle, Rezeptoren für Übertragungsstoffe oder irgendwelche Träger für einen Stofftransport. Hier schon mal das Stichwort, die Natrium-Kalium-Pumpe ist. Beispielsweise auch so ein Membranprotein, das für den Stofftransport zwischen Inneren und Äußeren der Zelle ganz wichtig ist. Außerdem finden wir in dieser Zellmembran auch noch Cholesterin. Cholesterin ist eben hier ganz wichtig, um diese Zellmembran beweglich, also viskos und formbar zu halten. Durch diese Cholesterin-Blobs können auch Stoffe hindurchtransportiert werden. Und dieses Cholesterin ist ganz wichtig, um die Bindung zwischen zwei Zellen herzustellen. Es gibt ganz bestimmte Zellen, beispielsweise an unserem Herzen oder in unserem Darm-Nerven-System, die quasi in eine direkte Bindung eingehen, an dem wir dann sogenannte elektrische Synapsen haben, wo dann quasi die Zellmembran direkt miteinander verbunden sind. Und dabei sind diese Cholesterine ganz wichtig. Im Inneren unserer Zellmembran finden wir den Zellkern. Der Zellkern, das ist eine relativ große Struktur im Inneren der Zelle. Die besteht erstmal aus einer neuen Membran, nämlich die Kernhülle. Also wir haben ja ein neues, umschlossenes Gebilde im Inneren der Zelle. Diese Kernhülle besteht aus einer porigen Doppelmembran. Und im Inneren dieser Kernhülle, im Zellkern, finden wir zwei Strukturen. Einmal den Nukleolus, das Zellkernkörperchen. Dieses Zellkernkörperchen ist ganz wichtig für die Biosynthese von Ribosomen. Ribosomen werden wir gleich kennenlernen. Abgesehen von diesem Zellkernkörperchen finden wir im Zellkern auch unsere DNA, nämlich unsere Chromosomen. Wir hatten ja letzte Woche kennengelernt, dass unsere DNA eben aufgebaut ist, strukturiert ist in unseren Chromosomen. Und diese Chromosomen können in unterschiedlichen Formen vorliegen. Beispielsweise dem Eukromatin oder dem Heterochromatin. Eukromatin, Sie erinnern sich, das war diese eher offene, zugängliche Struktur, wo hier aktiv eine aktive Transkription der DNA stattfinden kann. Heterochromatin, das ist dann diese Struktur, die um diese Histone drumherum gewickelt ist, die dann eine eher geschlossene, feste Struktur bildet, wo hier eben eine geringe Transkription nur stattfindet, also weniger zugänglich ist. Dieses Bild hier, das haben wir letzte Woche schon gesehen. Hier geht es also um die Übersetzung von DNA in die Aminosäuren. Hier also nochmal kurz eine Wiederholung. Wir haben in unserem Zellkern eben unsere DNA in den Chromosomen vorliegen. Diese DNA, die kann ich dann auftrennen und dann entlang der aufgetrennten DNA kann die RNA synthetisiert werden. Und diese RNA, diese sogenannte Messenger-RNA, kann dann die Information aus dem Zellkern raus in das Zellinnere transportieren. Und hier kommt es eben dann tatsächlich zur eigentlichen Aminosäure-Biosynthese oder Protein-Biosynthese. Hier wird nämlich dann unsere mRNA übersetzt in die sogenannte tRNA. Und diese tRNA, die ist dafür zuständig, dann eben tatsächlich unsere einzelnen Aminosäuren, die hier im Zellinneren vorliegen, in eine strukturierte Reihenfolge zu bekommen. Sie sehen also, wir haben hier unsere mRNA, die Messenger-RNA. Und entlang dieser Messenger-RNA wird dann die tRNA sortiert. Wir haben also genau wieder passende Bindungsstellen, die hier diese tRNA heransortiert. Und an dieser tRNA dran, da hängen unsere Aminosäuren, die dann eben damit in so eine geordnete Struktur gebracht werden. Ganz zentral bei diesem Prozess sind unsere Ribosomen. Diese Ribosomen, das sind tatsächlich der Ort der Protein-Biosynthese. An diesen Ribosomen, da bindet eben die Messenger-RNA und zusammen mit der tRNA, der Translations-RNA, werden hier dann tatsächlich Proteine-Aminosäure-Ketten generiert. Diese Ribosomen, die liegen im Inneren der Zelle in zwei Formen vor. Wir haben einmal freie Ribosomen, die sogenannten Polysomen. Diese freien Ribosomen, die sind vor allem relevant für die Synthese von Proteinen für die Zellmembran, für das Zytoplasma, für das Zellinnere. Also alle Strukturen, die so eben für die Zelle, für den Zellkörper relevant sind, die werden hier in diesen freien Ribosomen synthetisiert. Auf der anderen Seite haben wir Ribosomen am endoplasmatischen Reticulum. Dieses endoplasmatische Reticulum, das ist vor allem relevant für die Synthese von Proteinen, die für den Export gedacht sind, also für andere Organellen in unserer Zellinneren und auch eben für die Kommunikation zwischen Zellen, also beispielsweise Neurotransmitter. Schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Wir haben bei diesem endoplasmatischen Reticulum wiederum zwei Untervarianten. Einmal das glatte endoplasmatische Reticulum und das raue endoplasmatische Reticulum. Das raue endoplasmatische Reticulum, da finden wir die Ribosomen. Am glatten endoplasmatischen Reticulum, da finden wir eben keine Ribosomen. Das glatte endoplasmatische Reticulum, das ist relevant für die Synthese von Phospholipiden, für die Zellmembran. Also diese Bausteine, aus denen unsere Zellmembran besteht, die werden hier im glatten endoplasmatischen Reticulum gebaut, synthetisiert. Genauso werden hier beispielsweise Hormone umgesetzt. Es werden Gifte abgebaut, also Nervengifte, beispielsweise Nikotin, Cannabinoide. Das sind alles Nervengifte, die hier umgesetzt und abgebaut werden. Und genauso wird hier im glatten endoplasmatischen Reticulum Calcium gespeichert. Calcium, das ist eben ein geladenes Ion, das ganz relevant ist für ganz viele neuronale Prozesse. Am rauen endoplasmatischen Reticulum, da finden wir eben die Ribosomen. Und ich hatte es schon gesagt, die hier werden eben Proteine synthetisiert, die vor allem relevant sind für den Export. Also die dann hier weiterverwendet werden, beispielsweise als Neurotransmitter. Und diese Proteine, die hier am rauen endoplasmatischen Reticulum synthetisiert werden, die werden weitergegeben an unsere nächste Organelle, den Golgi-Apparat. Hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, diesen ganzen Kreislauf der Protein-Biosynthese. Also wir haben im Zellkörper vorliegen unsere DNA, diese DNA wird aufgetrennt, durch die RNA ausgelesen und dann wandert diese mRNA aus dem Zellkern hinaus, durch diese Poren und wird dann entweder an den freien Ribosomen synthetisiert, um dann eben im Inneren der Zelle weiterverwendet zu werden, oder am endoplasmatischen Reticulum, hier einem rauen endoplasmatischen Reticulum, hier werden dann Proteine synthetisiert, die dann für den Export relevant sind. Diese Proteine, die für den Export bestimmt sind, die werden dann im Golgi-Apparat weiterverarbeitet. In diesem Golgi-Apparat, da werden dann tatsächlich diese Proteine gesammelt, hier werden sie noch weiterverarbeitet, also beispielsweise Phosphat- und Schwefri-Gruppen an diese Proteine angehängt und dann werden diese Proteine nach bestimmten Klassen sortiert, also zusammengehörige Proteine werden zusammengefasst und hier werden die sogenannten Vesikel gebildet. Hier kommt es also zu einer Abschnürung von Bereichen aus diesem Golgi-Apparat, der dann so kleine Bläschen bildet und in diesen Bläschen, da befinden sich dann diese für den Export, für das Heraustransportieren aus der Zelle bestimmten Proteine, die hier weiterverarbeitet werden. Dieser ganze Prozess der Protein-Biosynthese, der ist unglaublich energieaufwendig. Dafür brauchen wir Energie in einer Zelle und diese Energie wird generiert in den Mitochondrien. Die Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zelle. Diese Mitochondrien, die bestehen auch wieder aus Membranen, wir haben eine äußere, eine innere Membran, wobei diese innere Membran sehr stark gefaltet ist und im Inneren dieser Mitochondrien wird im Zitronesäurezyklus, diejenigen von Ihnen, die Chemie oder Bio in der Schule hatten, kennen vielleicht den Zitronesäurezyklus noch, hier wird aus Fett, Zucker und Proteinen wird hier Adenosintrifosphat, ATP, synthetisiert. Also hier werden unter Zugabe von Sauerstoff wird hier dieses Adenosintrifosphat synthetisiert und dabei wird CO2 frei. Also das ist genau dieser Zyklus zwischen Sauerstoff und Kohlenstoff, der hier zur Energiegewinnung im Inneren der Zelle verwendet wird. Und dieses ATP, das werden wir noch ganz, ganz häufig kennenlernen, nämlich dieses ATP, das wird tatsächlich verwendet als Energiestoff, als Energieträger im Inneren der Zelle und dieses ATP wird dann eben beispielsweise an der Natrium-Kalium-Pumpe wieder gespalten, da wird Energie frei und damit werden solche Veränderungen an die solchen Proteinen ermöglicht. Bei diesen Prozessen der Biosynthese, Proteinsynthese im Inneren der Zelle, da fallen ganz viele Abbauprodukte und Abfallprodukte. Genauso werden hier Gifte umgesetzt, das hatte ich schon erwähnt, und diese ganzen Abbauprodukte, Abfallprodukte, die müssen aus der Zelle dann entfernt werden. Wir haben also hier Entgiftungsprozesse und an diesen Entgiftungsprozessen sind zwei Organellen ganz stark beteiligt. Das eine sind die Lysosomen, das andere sind die Periperoxysomen. Diese Lysosomen, da haben wir eben einen enzymatischen Abbau. Enzyme, das sind auch wieder eben ganz bestimmte Klassen von Proteinen, die dazu bestimmt sind, ganz bestimmte Produkte abzubauen und umzusetzen. Also hier beispielsweise Abfallprodukte oder Fremdkörper werden hier in diesen Lysosomen abgebaut und verbaut. Diese Peroxysomen, die sind relevant für den Abbau von Stoffwechselprozessen, also hier die sogenannten Radikale, die werden hier in den Peroxysomen abgebaut. Und genauso werden hier Giftstoffe wie beispielsweise Alkohol abgebaut. Und das sind eben auch so Organellen, so kleine Bläschen, ähnlich den Vesikeln, die dann eben hier diese Abfallprodukte speichern und dann auch aus der Zelle heraus transportieren.